Hallo Nation, lesen Sie, was Carsten Kramer über den BVB gesagt hat. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Carsten Kramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund und unter anderem verantwortlich für Marketing und Vertrieb, äußerte sich zum aktuellen Hype um Borussia Dortmund. Angesichts des Einzugs ins Champions-League-Finale sei das Interesse am BVB unglaublich groß, sagte der 55-Jährige im Interview mit der Funke-Mediengruppe. Zu den Gründen sagte Kramer, man hat den Eindruck, dass unsere Sympathiewerte enorm sind. In diesem Finale, wo wir die Gegner, die Außenseiter sind, sieht man unsere typische Dortmunder DNA. Das ist ein Segen für unsere Entwicklungsnationalmannschaft, aber auch für unsere Fans, denn wir haben mit diesem Finale nach einer sehr uneinheitlichen Saison Frieden geschlossen. Für uns als Verein ist das ein großer Schritt nach vorne. Kramer gab auch einen Einblick in die finanziellen Auswirkungen der Begeisterungswelle für den BVB, ich kann nur sagen, dass im Moment alles schwarz-gelb durch die Decke geht. Wir sind in vielen Bereichen ausverkauft, wir haben fast 400.000 Tickets gehabt, Anfragen, unser neues Shirt hat sich unglaublich gut verkauft, unsere Reichweite steigt, wir haben über 200.000 Mitglieder und wir haben noch 7.000 Bestellungen, die bearbeitet werden müssen. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.